und weiter geht es mit einem neuen Feuer. Let's play! Alienation! Schön, dass du eingeschaltet hast. Boah, und das sind schon die Aliens. Erstmal nachladen. Wir haben hier drei Waffen. Revolver. Energy Gun. Revolver. Bis jetzt kann ich nur zwei benutzen. So, jetzt aber, komm her, komm her. Oha. Gut, dass ich die Steuerung noch weiß. Ich zocke ja zur Zeit ein bisschen mehrere Spiele durch. Auch als Let's Play natürlich. So, kommt er zu die Richtung, natürlich. Wow. Okay, da geht es jetzt hier ab. Oh, nein. Weg, weg, weg! Nein! Ah, natürlich. Hinter mir. Der wird hier zuerst erledigt. Ich komme ja schon. So, jetzt aber. Hier bin ich. Yeah! Und da habe ich ja schon mal. Schauen wir hier erstmal auf die Karte. Wir müssen. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Wir sind hier unten. Es wird hier nichts angezeigt. Missionsziel. Es ist so ein Kreis. Ich sehe hier nirgends einen Kreis. Könnt ihr einen Kreis sehen? Oder bin ich wieder blind? Ich habe gerade keine Ahnung. So. Das werden wir auf jeden Fall jetzt dann gleich sehen. Aber anscheinend bist du mir in die Richtung. So zeigt es zumindest meine Pfeile an. Ich komme ja schon. Wow! Hat der mich jetzt tatsächlich geschlagen? Ich brauche jetzt wieder Munition. Guck mal, dass ihr die Schrot finden noch habt. Guck mal, sonst sind sie weg. Das geht ein bisschen schnell. Die Waffe ist richtig gut. So, jetzt, jetzt, jetzt! Woah! Nein! Woah, nein, 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 nein! Nein! Ja, ist doch okay! Woah! Ah! Oh je! Ne, 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 ne! Ich gehe ja schon. Der ist schon mal weg! Woah! Woah! Oh Mann! Gott, dass ich jetzt die Waffe wieder habe. Kannst gar nicht glauben, dass ich das jetzt schon wieder ein bisschen, ja, verkacke, würde ich mal so sagen. So. Dort hinten müssen noch welche sein, weil ich habe noch nicht alle gekillt. Boah! Boah! Ach, geht doch weg! Jetzt kriege ich jedes Mal einen Schlag, oder wie? Wo ist jetzt hier das Missionsziel? Wird ja gar nicht angezeigt. Boah! Da kam ja außen nichts. Okay, wir müssen hier solche Nester zerstören. Bis jetzt haben wir noch keins zerstört. Und siebenmal müssen wir das machen. Oh, komm her, komm her! Woah! Okay, okay! Ah! Hinter mir! Oh nein, nein, nein! Nein! Oh! Ja! Ist doch okay! Ah! Ah! Wie nervig einfach. Wenn einfach die Munition wieder leer geht. Und der andere dann einfach nur schlägt. Ich bin fast tot. Das gefällt mir gar nicht. Wir sind auf jeden Fall auf die andere Seite. Das wird hier oben an der Karte angezeigt. Es zeigt zwar an, doch ein Pfeil. Aber wird nicht genauer angezeigt. Wo es genau stattfindet. Also, das Nest. Aber ich meine hier an dem Gebiet jetzt. Da oben. Boah! Es war wieder knapp. Weg mit euch! So, jetzt bin ich hier richtig. Ich hoffe es jetzt zumindest mal. Oh nein, nein! Oh nein, nein, nein! Ach, geht ihr weg mal! Bitte, bitte! Wo? Wo? Okay, jetzt wissen wir wo das Nest ist. Ganz klar. Nein! Boah! Geht mal ruhig hier rein! Boah! Okay, okay. Nein! Oh nein, nein! Boah! Das war jetzt aber knapp. Komm doch mal her! Genau du! Okay, der hat hier ganz schön viel was abgezogen. Hinter mir. Ja! Sehr gut, der ist schon mal explodiert. Sehr gut, der ist tot. Oh, ich muss mich ein bisschen mehr ein. Die blöden Käfer oder Spinnen oder was es auch immer wieder sind. Die sind echt nervig. Revolver. Oh je. Kann sein, dass ich jetzt das Nest töten muss. Was? Ich habe jetzt schon fast kein Leben mehr. Das gefällt mir nicht. Was, der ist schon tot? Hier bin ich. Okay, okay. Okay. Boah! Sehr gut! Boah! Hilfe! Hinter mir! Okay, okay. Ich habe es verstanden. Oh je. Gar nicht gut. Sehr gut! Boah, jetzt kann ich kurz auch schnaufen. Boah, das macht mich fertig. Oh oh. Oh oh. Gar nicht gut. Ich hoffe, ich komme die nicht hier hoch. Das wäre gar nicht so gut. Boah! Wie viele es sind hier ist die Frage. Gut, dass das Geschütz mir ein bisschen hilft. Oh! Nein! Ich will hier die ganze Zeit zerstören, aber es geht ja nicht. Das ist einfach nur nervig. Oh! Nein, nein, nein. Boah, wie lange habe ich das geschützt? Ich habe keine Ahnung. Oh ne, ne, ne. Noch eine Horde. Oh je. Was? Was sind das für Typen? Hilfe! Oh, tschüss! Yeah! Das hat schon mal sehr gut funktioniert. Und sogar noch eine Trophäe halten. Was? Hilfe! Ne. Ne. Okay, okay. Oh, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ich hoffe es ja zumindest. Oh! Hilfe! Wow! Was sind das für Viecher? Boah, die machen mich schon mal fertig. Und das sieben mal. Ui. Das sieht nicht gut aus. Das ist auf jeden Fall richtig schwer. Ist auf jeden Fall nicht leicht zu nehmen. Was sind sie wieder? Oh, geh weg! Neben. Sehr gut. Nochmal. Sehr gut. Ich kann hier viel Science machen. Ich kann hier viel Science machen. Du kannst Science auf der Smokie für mich machen. Herr, sieben. Multiplier ihr ab. Okay. Und das zählt schon drei von sieben. Also sind es gar nicht so viele. Das ist schon mal gut. Aber trotzdem geht es hier weiter. Oh je. Gar nicht gut. Wir müssen uns auf jeden Fall schnell ausschalten. Nein! So Mist! Okay, jetzt habe ich kurz ein bisschen geschrien. Gut, es war auch ein bisschen ärgerlich jetzt gerade. Weil es auch meine Schuld war. So, es darf eigentlich nicht passieren. Ganz klar. Okay, okay, okay. Muss ich aufpassen. Ist hier unten noch überhaupt mein Geschütz? Ne. Gut, jetzt habe ich ein großes Problem. Soll ich das bitte überleben? Außer ich kriege noch ganz schnell irgendwo ein Herz. Was ich aber jetzt nicht glaube. Ist da ein Herz? Ne. Nur ein Magazin und so weiter. Ist zwar auch wichtig, aber... Ist jetzt ein bisschen riskanter, würde ich mal so sagen. Oh, geh weg. Ich traue mich gerade nicht vor. Oh! Yeah! Habe ich hier schon mal zerstört? Oh! Boah! Ne, 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 ne! Oh! Hilfe! Gar nicht gut! Da ist ein Leben, da ist ein Leben! Oh je! Nein! Oh, geh weg! Ich mag keiner! Hier ist ein Leben, hier ist ein Leben! Sehr gut! Ein bisschen aufatmen, würde ich mal so sagen. Oh ne! Wuhu! Ne! Boah! Ich muss ja eigentlich nur die Runden überleben und dann am Ende es zerstören, weil dann keiner mehr kommt. Und jetzt habe ich gehofft. Und jetzt habe ich gehofft, weil ich gerade mein Herz bekommen habe, dass ich es hier doch noch schaffe. Aber jetzt wird es hier richtig knapp. Oh je! Geh weg! 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 Okay, wenigstens speichert das. Ist die Hauptsache schonmal. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg!